Bonjour und bonsoir. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im ICF. Hey, so schön hast du eingeschaltet und bist du mit uns hier an diesem Musical C'est la vie. C'est la vie, oui, oui, oui. Hey, und ich habe riesige Freude, dass ich hier mit Dan Nü stehen darf. Und mit Debi Marti und wir lieben es mit dir unterwegs zu sein. Ganz genau, so schön bist du mit uns und kommst du mit uns in diesen Abend. Wir sind hier in der Hall in Zürich Stettbach auf dem Balkon und hinter mir siehst du schon die Menschen, die füllen die Reihen, du siehst die Bühne mit allen Requisiten und ich freue mich, wir haben das Oster Musical 2022 und ich freue mich einfach, wenn du schon mal gesehen hast, du weisst, da kannst du etwas erwarten. Wir werden eintauchen in die Geschichte von Jakob und Esau von der Bibel, aber wir werden diese Geschichte von der Bibel in einer neuen Art und Weise entdecken. Also ob du die Bibel kennst, liebst oder nicht, kommt gar nicht darauf an. Es geht um Betrug, um Erfolg, um Sehnsucht, Liebe, Vergebung. Diese Themen sind heute immer noch gleich relevant. Genau. Hey, und du kannst dich wirklich freuen auf ein Feuerwerk, ein Highlight, sage ich dir, voller Tänze, voller Emotionen. Es sind Farben in diesem Musical und was auch nicht fehlen darf ist, wir sind in der Stadt der Liebe. Paris. Liebesgeschichte. Wir werden eine Hochzeit erleben. Sorry, Spoiler. 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 Ja. Hey, naja, weisst du, was mich mega fasziniert? Du warst ja schon mal dabei, so an einem Musical. Ja, ich durfte schon mehrere Male sogar mitmachen und das ist unglaublich faszinierend, weil allein in diesem Stück wieder sind über 40 Darsteller, die nur schon auf der Bühne stehen. Ich meine, geschweige von all den Leuten, die hier mitmachen und die machen das einfach ehrenamtlich, weil die einfach Freude haben. Was ich auch schön finde, dass wirklich von klein zu groß jeder dabei ist. Mütter und Töchter. Da hat es Mütter und Töchter, genau. Da hat es auch sonst Mami dabei und so. Hey, das ist so schön, wie sich da Menschen investieren. Und die haben wirklich Monate, Wochen vorbereitet, geprobt, gebaut und einige Einblicke davon haben wir jetzt für dich. Ich bin ja schon, ich bin ja schon. Ich bin ja schon, ich bin ja schon. Danke, Mom. Musik Ja, und wie es so abgeht in einem Musical, das wollen wir heute erfahren. Und wir werden später noch zu denen stellen, aber jetzt würde es mich Wunder nehmen, woher du kommst. Woher du bist, schreib doch mal uns irgendeine Frage in den Chat oder mach ein Emoji. Vielleicht bist du das allererste Mal dabei, da möchte ich dich erst recht herzlich willkommen heißen. Hey, wir wollen dich auch ein bisschen spüren. Wir wollen mit dir kommunizieren und freuen uns, wenn du wirklich da einfach da dabei bist. Ja, und ich selber durfte ja schon einige Male mitmachen, auch als Darstellerin und kann mir nur ein klein wenig vorstellen, wie das jetzt da unten ist, wenn die Backstage sind. Die Darsteller sind schon aufgeregt, die wurden eben gerade geschminkt, die kommen von der Maske, die haben sich jetzt bereit gemacht und angezogen. Ja, und wie das dann so abgeht, wollen wir jetzt wissen. Ich schalte zu Dan, der Niko im Interview hat. Ja, Debbie, wir sind hier wirklich Backstage an dem Ort, wo alle zusammenkommen, die Statisten, die Band, die Musiker, die Produzenten. Sie sind hier, wird umgezogen und geschminkt und gemacht. Und neben mir ist der Niko, der Produzent von diesem Musical-Seller. Wie danke hast du kurz Zeit für uns? Sehr, sehr gerne. Es ist wunderbar, dass du hier bei uns Backstage bist und wir sind heiss wie Frittenfeld. Du könntest kaum erwarten und loslegen. Läuft alles nach Plan, Niko. Ja, im Moment schon. Wir hatten heute Morgen, jemand war krank und wir mussten jetzt wieder ein bisschen umstellen. Das ist immer eine Herausforderung, aber das ist Live-Theater. Du weisst nie genau, was wird passieren an diesem Abend. Haben wir doppelte Rollen besetzt? Wir müssen, ehrlich gesagt, improvisieren jeweils. Und wenn jemand ausfällt, ist es immer wirklich grundsätzlich schwierig. Aber wir erleben darin auch immer wieder, es ist ein Abenteuer und wir erleben, dass Gott uns auch immer wieder einfach gute Ideen schenkt. Amazing. Hey, so viele Menschen, die schauen jetzt gerade zu und auf was dürfen sie sich am meisten freuen oder auf was wieder sagen, da freue ich mich drauf. Also viele Leute, für die Bibel ist ja ein uraltes Buch. Irgendwie ein alter Schick, nicht mehr interessant. Und was ich mich freue drauf, ist, dass wir es, glaube ich, geschafft haben, eine alte Geschichte ganz neu zu verpacken und trotzdem praktisch jede Parallele darin zu haben. Und das liebe ich, wenn die Bibel, diese alte Geschichte, dann plötzlich so lebendig wird und so erlebbar in der heutigen Zeit. Und ich glaube, sie hat mega Kraft und ich freue mich, wenn das so durchdringt. Und ich hoffe das natürlich auch, dass es uns gelingt, einfach das den Leuten zu zeigen. Es gibt so viele Eindrücke. Worauf müssen wir uns achten? Inside Infos. Ein ganz kleiner Tipp von mir. Ich finde, irgendwann kommt eine Taube und die klaut sich was. Und das sieht nicht jeder. Und schaut mal, ob ihr das rausfindet, was diese Taube klaut. Dankeschön. Nico, jetzt ist so viel geprobt, so viel harte Arbeit, heute, die anderen Tage. Was hast du jetzt noch zu tun? Ja, ganz ehrlich, mein Job ist jetzt, der grösste Fan zu sein. Weil es ist so krass, wie viel Schweiss, wie viel Tränen in so einer Produktion fliesst und wie viele Tausende von Stunden da rein fliesst. Und die Leute jetzt zu sehen und was die zustande gebracht haben, das ist Tiefberührung und ich bin einfach nur noch Fan und begeistert und ich werde sie von hinten anscheeren und einfach mitfiebern und hoffen, dass alles klappt. Du bist einfach noch der Mutiger. Ja, das ist mein Job jetzt. Weisst du, ich glaube, das ist wirklich eines der Schlüssel, wieso so viele, das ist alles Voluntier, da so viel Zeit hineingeben. Und ich danke dir, Nico, so vielmals. So vielmals. Ich habe gehört, das ist doch eine Frau speziell, die dir ganz, also du bist so ganz... Ich habe ein Auge auf sie geworfen, auf eine der Sägerinnen, weil das ist meine Frau. Seine Frau ist dabei. Das ist schön, ihr zuzuhören, ja. Noch gut geschlafen jetzt? Ja, ich wache immer sehr früh auf, ich schlafe nicht so viel. Es ist halt schon viel und viel Trubel und du bist in dieser Welt drin und du tauchst da ein und kommst nicht mehr raus. Du lebst dort. Du kommst nicht mehr raus. Nico, ich danke dir, hast du uns kurz Zeit genommen. Sehr gerne. Ich freue mich auf die Show. Wir spielen für euch, wir sind heiß. Wir sind so was von heiß. Wir sind so frittend heiß. Und punkto Essen, genau, darüber geht es noch mehr jetzt bei Debbie Oberloff auf dem Balkon. Essen ist wichtig in der französischen Kultur. Ja, wenn man an Frankreich denkt, dann denkt man natürlich an leckeres Essen, an den besten Wein und auch an ganz köstliche Süßgebäcke. Und neben mir steht Michele, er ist einer der kreativen Köpfe hier, aber zu dir komme ich später noch. Ich möchte erklären, was du hier in der Hand hältst. Das ist nämlich ein Eclair. Ja, und das kommt im Musical auch einige Male vor, dieses Eclair. Das nennt man im Deutschen auch Liebesknochen. Das ist so ein walzenförmiges, aus Brandsteig gemachtes Gebäck, was in Frankreich als Spezialität gilt. Es heißt eigentlich Blitz und soll schnell gegessen werden. Oder unter den Verliebten teilt man sich das auch. Du darfst da später reinbeißen. Michele, mich hat so fasziniert, als ich das erste Mal gesehen habe, wie so ein Musical funktioniert, habe ich gehört, dass du von Anfang an alles aufmalst. Du malst mit, wenn ihr brainstormt, was ihr da macht. Erzähl mal, wie funktioniert das Ganze? Also ganz zu Beginn, da bin ich dabei und ich bin beim Geschichtenentwickeln, darf ich nicht protokollieren, sondern Protokoll zeichnen. Das ist eine Ehre. Da zeichne ich meine Bilder und so kommen die Ideen, die in den Köpfen sind, auf Papier. Und mit diesem Papier arbeitet man die Ideen weiter raus, genau. Das ist unglaublich. Also das geht danach dann weiter. Das geht weiter bis hin, dass das dann alles konstruiert wird. Zimmermänner, Schlosser und so weiter, die machen das. Und dann, wie geht das weiter? Also wenn einmal die Szenerie steht, dann geht es an die Bühne. Was muss die Bühne können? Alles. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Man muss es sowohl für online wie auch für im Saal, ein Erlebnis für den Zuschauer. Und dann muss es geschlossert werden. Da wird es eine Runde technisch. Paris, versuchen wir Paris in den Saal zu holen und dann das umzusetzen, dass es tanzbar ist, dass es bewegbar ist, dass die Leute überrascht werden dürfen und so. Das ist so, ja. Das ist mega spannend. Also du malst dann auch diese Bühnenbilder alle. Und was ich mir auch habe sagen lassen, ich meine, das, was hinten durch gezeigt wird, das sind alles Fotos, die ihr selber gemacht habt. Ihr fahrt nach Frankreich, ihr fahrt an diese Orte und macht das selber. Ja, wir wollen, was wir selber können, das wollen wir auch selber tun. Es gibt einen schönen Guss. Man spricht von selben. Die Bühne entspricht der Leinwand und das ist etwas sehr Schönes und Spassvolles. Und so versuchen wir, möglichst alles zusammenzuführen. Hey, das ist so, so super spannend. Und ich danke dir, Michele, weil, ja, du bringst Farbe, du bringst die Farbtupfe hier rein. Ich meine, es ist ein riesengroßes Team. Aber trotzdem, ich meine, wenn einer das alles von Hand schon aufzeichnet, das ist wirklich grossartig. Ja, und wie das auf der Bühne dann aussieht schlussendlich, das werden wir jetzt sehen, weil Dan steht da und er zeigt uns das. Ich bin hier auf der Bühne, der Musicalbühne in der Küche. Und wir sind hier in der Bretagne. Und wie ihr seht, ich bin da in der Küche, da hat es Esswaren, Getränke und die Requisiten. Ich möchte einfach kurz mitnehmen, wie detailgetreu alles hier vorbereitet wurde. Und ich möchte euch kurz mitnehmen in diese Welt, die wir eintauchen werden. Wir tauchen ein in die Welt vom Restaurantessen, von Bretagne, von Kultur, vom Miteinander. Und wir haben auf der einen Seite haben wir die ganze, die dreckige Welt der Küche. Auf der anderen Seite sehen wir vor allem das Restaurant. Und ihr seht, es ist unglaublich, wie viel Detail. Einfach so schön. Das ist ein wunderbares Restaurant. Das ist nicht irgendwelche Eins. Das ist ein Restaurant mit zwei Michelin-Sterne. Und ich habe mir sagen lassen, dass drei Michelin-Sterne, das ist das Maximum. Und die Frage ist, ob das Restaurant C'est la Vie den dritten Stern bekommen wird. Ich nehme euch mit, vielleicht einfach kurz zu sehen, wunderschön, all das Handarbeit wurde diese, all das hergestellt bei uns in der Werkstatt. Direkt neben der Hall haben wir eine Werkstatt, wo Woche für Woche kommen da Leute zusammen. Und die bauen all diese Requisiten, die bauen das zusammen, die malen das. Das ist ein Kunstwerk. Und so viel Detail, damit wir zu Hause, du zu Hause, wir hier in der Halle eintauchen dürfen in diese Welt hier in Brötanien. Wir werden dann natürlich nach Paris auch noch gehen. Und ich freue mich einfach immer wieder über das. Ich habe mir sagen lassen, speziell von den Bühnenbauer, dass sie einen grossen Wert darauf gelegt haben, dass das Ganze in verschiedenen Dimensionen funktioniert. Also du kannst dich darauf achten, du wirst sehen zu Hause, wie plötzlich, weil du nicht nur immer etwas Spannendes siehst, sondern du siehst da hinten auch noch etwas Spannendes. Und das war gerade das Konzept. Also die Freunde, da gingen speziell nach Paris, haben Aufnahmen gemacht, speziell nach Brötanien, haben Aufnahmen gemacht für dieses Musical. Und ich finde das gewaltig, weil man spürt es richtig. Wir tauchen ein in diese Welt vom Essen, in diese Welt von französischer Kultur. Und du kannst mit. Und die Reihen hier, die fühlen sich schon richtig schön. Die Atmosphäre ist wirklich elektrisch. Die Leute sind voll Vorfreude. Und ich hoffe, du zu Hause genau gleich. Die Vorfreude auf dieses Musical. So viele Stunden Vorbereitung. Wir konnten es letztes Jahr nicht aufführen, dieser Art und Weise. Und jetzt vor vollen Reihen, du zu Hause. Und das freut mich riesig. Aber bevor wir jetzt wirklich starten, der beste Ort, um den Startpunkt zu haben, ist vom Balkon am ganzen Schluss noch zu dir, Debbie. Ja, hey, es ist so spannend zu sehen, wie so ein Musical hergestellt wird oder was es braucht, bis wir da sind. Und ja, jetzt geht es dann hier auch gleich los. Du siehst, der Saal, der ist schon fast voll. Die Stimmung, die ist so ein bisschen aufgeladen. Die Leute sind gespannt, wie es jetzt gleich weitergeht oder was kommt. Und dir zu Hause möchte ich sagen, mach sie doch nochmal richtig bequem in deinem Sessel oder wo auch immer du zuguckst. Vielleicht holst du dir nochmal irgendwas zum Knobbern oder stellst die Box noch ein bisschen lauter, damit dieses Musical einfach für dich zu einem riesen Highlight wird. Hey, freu dich, freu dich auf Tänze, auf Emotionen, aber auch auf Tiefgang. Pastor Leo wird auf die Bühne kommen. Und ja, vielleicht wird es Momente geben, die dich an deine Lebensgeschichte erinnern. Und er will einfach nochmal den Blick auf eine Hoffnung schärfen, die wir haben dürfen. Und jetzt, ja, kann ich nur sagen, freu dich auf das, was kommt und genieße dieses Musical. Ah, Isaac, war das schön. Möchtest du auch ein Stück, Madame? Chef Royal auf Meule Rouge, voilà. Bonjour, le billet, s'il vous plaît. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci. Oh, oh la la. Monsieur, möchten Sie auch ein bisschen? Ich? Oui. Gerne. Voilà. Merci. Du rien. Essen macht einfach glücklich. Definitiv. Und glücklich wollen wir alle sein, nicht wahr? Und deshalb führt unsere Familie auch ein Restaurant in der Bretagne. Und übrigens, genau mit diesem Amis-Busch begann unsere große Zeit. Ja. Ich muss Ihnen davon erzählen. Jakob, wenn Sie uns heute den dritten Michelinstein verlangt, dann sind wir das beste Restaurant von ganz Frankreich. Magnifique, Mama. Was haben wir hier? Äh, den Gruß aus der Küche für die Frau Spinat. Junge, untersteh dich. Sie heisst Madame Marie-Noëlle Epinart. Brauche ich lieber deinen Charme. Mais oui, Mama. Ich will den dritten Michelinstein genauso wie du. Cheikh Madame Marie-Noëlle Epinart. Cheikh Royal auf Melon Rouge als Amis-Busch. Viel Vergnügen. Darf ich deine Vorspeise servieren? Läuft. Esaü! Gruderz, die Vorspeise. Allez, allez, poussez-votki! Los, los, los! Los, los, los! Paddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gotta be a big man someday. You've got mad on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Body, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gotta take on the world someday. You've got blood on your face, your big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it! We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will rock you. Musik 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 Die Hölle, ich will den Stern! Herr Kopf, Maman, läuft's, sind wir auf Kurs? Ja, ja. Wo bleibt mein Chateaubriant? Es ist 6 Uhr! Kannst du's machen? Ich prate es dir gleich. Danke! Sauvolatet! Ich sage, wer mein Essen kocht. Und mein Essen kocht nur Esel! Isaac, er kocht doch gerade das Essen für Madame Epina. Hast du bereits vergessen? Dritter Stern! Rebecca! Jerry! Was bringt mir das? Katze eh nächstens ab! Ah, Papa! Es ist so! Und darum will ich jetzt mein Chateaubriant vom zukünftigen Chef im Restaurant! Haben Sie? Kompris? Kompris! Kompris! Kommpris! Kommpris! Ja, der zukünftige Chef. Der zukünftige Chef. Der zukünftige Chef. Boah, das war brutal gut. Absolument brutal gut gewesen. Oh, félicitations! Merci. C'est pour ça! On est tous ces soirées là. Jusca l'eau! Ha, was für ein Tag. Und jetzt habe ich Hunger. Es war so gut. Danke. Ich hoffe, Sie werden satt und glücklich. Au revoir. Au revoir. Ist le Chef noch single? Das weiss man nie so genau. Auf alle Fälle, un grand Compliment. Merci. Au revoir. Au revoir. Von diesen Tagen an waren wir jeden Abend ausgebucht. Und auf einem Tisch musste man über ein Jahr lang warten. Das mag ich Ihnen von 18 gönnen. Und finalement, meine Brüder, die sich verstehen. Es sind Zwillinge, ein Geschenk des Himmels. Wir mussten lange warten. Als ich jung war, habe ich mir doch nie Gedanken über sowas gemacht. Ich war einfach immer nur glücklich. Und verknallt über beide Ohren in den allerschönsten Mann. Wo haben Sie sich kennengelernt? In Paris. Vor 25 Jahren beim Eiffelturm. Umgeben von vielen Tauben. Du Riffel! Oui. Du Riffel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein halbes Jahr später war die Hochzeit und dann sah mein Mann diese Zeitungsanzeige von dem Restaurant in der Bretagne und die haben alles stehen und liegen gelassen und sind los. Anfangs, da waren die Leute auf dem Land schon so ein bisschen skeptisch, aber mit viel Schwung haben wir uns dann in ihre Herzen gekocht. Dann haben ihnen nur noch die Hoffnung gefehlt. Da? Ja, Kinderglück hatten wir leider nicht sofort. Die haben dann Abklärungen gemacht und ich war das Problem. Aber Isaac, der hat weiter alles für mich gemacht und ich fühlte mich nur noch schuldiger. Aber in der Not, da lernt man beten. Das habe ich da zum ersten Mal versucht. Und krass, neun Monate später waren wir Eltern von Esai und Jacob. Merveilleux! Ja, ein Herz und eine Selle und nur Blödsinn im Kopf. Und schon immer ging es nur darum, wer Ärzte war. Unglaubliche Garçon! Ja, wenn ich sie fragen würde, sie würden beide sagen, dass sie die glücklichste Kindheit überhaupt hatten. Aber dann, dann kam der Anfang vom Ende. Der Tag, an dem uns das Glück verließ. Und das ist mein Fehler. Mir gefällt das gar nicht. Was? Ich habe Papa schon wieder sagen hören, dass er das Restaurant Esai vermachen will. Ja, macht vielleicht schon Sinn. Ich meine, er ist der Chefkoch und der Ältere. In diesen drei Minuten, es wäre für alle besser, wenn du das Restaurant übernehmen würdest. Warum? Weil du mich mehr liebst. Du bist dazu bestimmt. Wir haben mir mal wieder die ganze Küche weggefressen. Kein Wunder, du kochst ja auch wie ein Gott. Ah, bla bla bla, immer diese Riesenfresse und ich acker mir einen ab. Woher hast du den? Ähm, du kannst ihn haben. Ähm, eine Bedingung. Was? Burger gegen Restaurant. Jaja, du räumst ja sowieso alles ab. Was? Das Geschirr. Die Komplimente, du Depp. Dafür kriege ich alle Weiber und jetzt her mit dem Burger. Ich meine es ernst. Ich verzichte auf meinen Anteil. Der Scheiß gehört dir. Und jetzt her mit dem Burger. Das ist der geilste Burger, den ich jemals gegessen habe. Was ist das für Fleisch? Aus Linsen. Aus Linsen? So ein Fägescheiß. Spinnst du eigentlich? Gerauft haben sie sich schon immer. Schon im Bauch. Ich hatte dann mal geträumt, dass Jakob im Bauch Esau an der Ferse festhält, weil er ihn bei der Geburt überholen möchte. Wenn ich das bloß nie geträumt hätte. Ich hatte dann immer das Gefühl, ich müsste dafür sorgen, dass Jakob nicht zu kurz kommt. An diesem Abend wurde er als Brüdern Rival. Esu! Esu! Ja? Es ist soweit. Ich sterbe. Nein, du stirbst heute nicht. Nicht heute. Ja, eben. Morgen. Ich spüre es. Esu! Wir! Oui, Jarif. Immer noch mal, wo steckst du? Ein Moment. Ich helfe dir. Oui, Papa. Oui, Papa. Esu! Schön bist du hier. Schau. Das ist das Rezeptbuch deines Grandpapas. Mit allen Würzmischungen und Geheimnissen geht es an dich. Du erbst alles. Bordel! Merci, Papa. Aber zuerst will ich noch ein letztes Mal ein Chateaubriand. Ich mache dir das Beste, das du jemals gegessen hast. Und frisch vom Hof. Jakob, komm sofort nach Hause. Jakob. Hat das doch nicht etwa ernst gemeint? Merde! Wollen wir das wirklich durchziehen? Wenn wir deinen Vater jetzt nicht täuschen, gehört alles Esai. Du weißt genau, wie schlecht er mit Besitz umgehen kann. Er wirft alles raus für seine Frauengeschichten. Jetzt oder nie. Aber Papa wird es merken. Ja, so schon. Du musst riechen, wie er. Hier, seine Schürze. Merde. Ja. Dann... Oh. Setz dich. Und jetzt, riech mal, wie er. Sitterloch. Gelb Bordel, putter Merz! Gelb Bordel, wie er das heissen in seiner Sprache. Gelb Bordel. Mehr Überzeugung. Gelb Bordel. Lauter! Gelb Bordel! Voilà. Dann, du brauchst ein Ohrring. Komm. Ja. Young boy living in the city. All I did does run, 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 run. Standing at the light still looks so pity. Mama said son, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. I don't tell you it's a real gold. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. Yeah, run, run, run. Yeah, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I'll learn my lesson and count your blessings. Look to the rising sun and run, 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 run. Yeah, one day, the sky might fall. Yeah, one day, I might lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson and count your blessings. Look to the rising sun and run, 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 run. Yeah, run, run, run. I get everything that I wanted, but I got what I need. Yeah, I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Wear it all and nobody knows. Until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson and count your blessings. Look to the rising sun and run, run, run. Yeah, run, run, run. Yeah, run, run, run. Esau, du bist es. Schau, hier ist das Rezeptbuch. Jetzt brauche ich nur noch deine Unterschrift. Die Unterschrift des neuen, rechenmässigen Besitzers. Quel Bordel. Quel Bordel. Merci, Papa. Das war eine teure Trophäe. Sie hat uns alle den Hausfrieden gekostet. Esau, es tut mir so leid. Ich habe nichts mehr für dich. Aber kannst du gar nichts mehr machen, Papa? Nein. Ich bin doch die Älteren. Der hat eine richtige Brille. Es ist mein Recht. Meines. Sprich ihn um! Schnell. Geh nach Paris zu meinem alten Freund Laban. Hier ist dein Adresse. Esa ist zu allem weg. Geh! Warte nur! Ich finde dich! Warte nur! Warte nur! Warte nur! Warte nur! Ich habe gesehen Ich habe gesehen deine Teile deine Teile Ich weiß alles über deine Teile All of your shadow plans und broken dreams und still you're on the run Will you come to me? Gott Wenn du mir Glück schenkst dann glaube ich an dich Gott Wenn du mir Glück schenkst Oh, oh, Tantosio! Oh! 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 Du interessierst dich also tatsächlich für mich. Oh! Das ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Schöner als alle vom ESAI, muss ich haben. Erstens Merci, zweitens Pass gefälligst besser auf. Drittens. Wie heisst du? Rachel. Oh! Rachel. Oui, je t'aime. Und du? Äh, Jacques. Jake. 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 Where kommst du? Aus der... Britannien. Großbritannien. Du klingst aber sehr französisch. Ich bin schon lange hier. Nein. Und was machst du? Ich habe ein Restaurant. Perfekt. Nach diesem Schrecken habe ich Hunger. Nicht hier. Großbritannien. Eine Fisch-und-Chips-Bude. Ne. Ein Gourmet-Restaurant. Pass mal auf. Gourmet-Restaurant. Wieso bist du denn hier? Meine Güte. Du stellst viele Fragen. Du bist sicher Studentin. Oui, französisch. Zurück zu meiner Frage. Ich brauche eine neue Herausforderung. Ja. Und ich brauche Geld für meine Studienbücher. Ich helfe dir. Danke. Bonjour. Bonjour. Und wo kenne ich den? Le Papier, meine Nische. Pardon, Monsieur, mais je les ai oublié. Ich habe gar keine. Was mache ich jetzt? Monsieur. Haben Sie eine schöne Uniform? Nur bei allem Respekt. Hier unten beim Bauch sitzt sie nicht ganz perfekt. Mit deinem Eclair könnte man diesen Mischstand beheben. Darf ich Ihnen eins anbieten? Ja. Nein. Nein. Merci Papier. S'il vous plaît. Aber wir sind doch hier auf dem Quai. Sie müssen eine gute Figur machen. Für die Touristen, die Fotos machen. Also, ein Biss. Ja. 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 Mh. Dieser, dieser Tüfte. Mon Dieu. Oh. Oh. Ich gebe Ihnen noch zwei mit. Eins für Ihre Frau. Oh. Eins für Ihre Tochter. Ich habe keine Frauen. Das habe ich mir fast noch gedacht. Jake. Das tut mir natürlich leid. Daneben eins für Ihre Tochter. Und eins für Sie. Betthupferl. Betthupferl? Was ist das? Ein... Ein... ein Muf... Du liiiiit! Oui! Parfait! Merci beaucoup! De rien. Et bonne journée! Bonne journée! Au revoir. Au revoir. Quelque chose? Ah non, non, non! Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Was bekomme ich dafür? Un éclair. Ich habe dann etwas anderes gedacht. Gut, ist günstiger für mich. Merci et salut! Wann sehen wir uns wieder? Peut-être in Britannien. Oh mon Dieu! Hilf mir! Ich muss Laban finden. Ah! Laban, Laban. Bonjour. Madame Geneviève Sincère. Bonjour. Laban? Merci. Laban? Wir sind Rebecca. Oui. Bienvenue. In meinem arrondissement. In meine rue. Der wahren Champs-Elysées. Oh Champs-Elysées. Oh Champs-Elysées. Au soleil, bis sur la pluie. A midi, oh amiguit. Il y a tout ce qu'il voulait. Oh Champs-Elysées. Komm, iss was in meiner Créperie! No, no, no! In meiner. Meine ist die beste. C'est... Oh. C'est Aisha. Tochter von Flick Patrick, der auch Schaffner ist und eine große Vorliebe für Uniformen hegt. Das beliebteste Mädel im Quartier. Aisha! Aisha! Das ist Raoul, Sohn von Suzette. Ta gueule! Tu dois dormir! Comme si je n'existais pas Elle est passée à compter de moi Aisha, Aisha, écoutez-moi Aisha, Aisha, écoutez-moi Aisha, Aisha, t'en vas Paris Aisha, Aisha, regarde-moi Aisha, Aisha, réponds-moi Aisha! 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 Aisha, Geneviève Saint-Serre Aisha, französisch Lehrerin an der Schule für Migranten Und gleichzeitig Professorin an der Uni Ein soziales Herz Und zwei linke Hände Ok! Alors? Tous ensemble? Vive le français! Ok! Je ne parle pas français Aber bitte red weiter Alles, was du so erzählst Hört sich irgendwie nice an Und die Zeit bleibt einfach stehen Ich wünschte, ich könnte dich verstehen Je ne parle pas français Aber bitte red weiter Oh la 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 Oh la 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 Hey Lies, ich spreche nicht Deutsch Viens, je veux te montrer c'est quoi la französche Donne-moi la main, on commence par un baton hinpost n했습니다 Wo est la free tik si tu ve bien au parisien au paletons Oh la 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 le la 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 coeur Klirchen Chirchen Aber eine Frage habe ich noch Weshalb habt ihr alle eine Crêperie? Mein Grand-Père hatte diese Crêperie Mein Père und jetzt ich Meine Grand-Maman hatte diese Crêperie Meine Maman und jetzt Ich Wir bereuen nichts. Wir bereuen nichts. Darf ich vorstellen? Wir kennen uns schon. Sprichst ihr immer gleichzeitig? Und von wo kennt ihr euch? Durch gemeinsame Bekannt. Wow, Giski Spass. Aus Britannien. Ich kenne seine mehr, aber du musst gar nicht immer alles wissen. So, essen wir zuerst mal was bei mir. Kommt, komm. Bin ich aber gespannt davon. Ja, natürlich. Rachel, mach uns eine Crêpe. Immer deine Crêpe. Ich kann euch eine machen. Ich esse doch nicht bei der Konkurrent. Ach, komm. Gut, dann mach sie dir selbst. Voilà. Mal schauen, wie es die Konkurrenz so macht. Komm. Und allein in deiner Strasse? Je crois huit. Auf alle Fälle zu viel. Es ist an der Zeit, etwas zu machen, das hier noch niemand macht. Ein Eklershop. Non, pas question. Rachel! Rachel, ich hätte gerne ein Eklershop. Nein, du willst ganz bestimmt kein Eklers, mein Sohn. Du willst eine Crêpe. Siehst du? Meine Mama hat gesagt, ich muss Crêpe essen. Oui. Natürlich. Das ist normal hier, ne? Iba, 24 Stunden non-stop französisch Unterricht bei Madame Sancerre. Als ein bisschen von deinen schrecklichen Crêpes zu essen. Oui. Crêpe. Den Jungen musst du mal ein bisschen rein. Na bon. Was ist das? Die Jungen wollen etwas Neues. Oui, Monsieur. Weiß ich schon lange, was denkst du? Wer hat dieses Bisiclet hier finanziert? Und dass sie einen Riecher für gute Geschäfte hat, hat sie von wem? Ist alles meine Idee so, weißt du? Eben. Und weil du so ein genialer Tausendsasser bist, lässt du uns deinen Laden umbauen. Sag ich doch, du machst das. Und was kriegt ihr dafür? Ruhm und Ehre. Oh, was für ein großzügiges Angebot. Wie wäre es wenigstens mit Unterkunft und Verpflegung? Kein Wunder, fühle ich mich immer ausgenutzt mit dieser Tochter. Na gut, Unterkunft und Verpflegung. Ich verzichte dafür auf Ruhm und Ehre. Ja, ja. Rachel, ab ins Studierzimmer. Deinen Bachelor gibt es nicht umsonst, ne? Und ich verzichte schweren Herzens auf meine Crepe. Würde dir gerade so passen. Ich habe gegessen jeden einzelnen Bissen. Wow. Stauern Salern. Ohne Bibi. Junge, deine Mäher hat mir erzählt, dass du in Schwierigkeiten steckst wegen deines Bruders. Ich nehme dich in mein Zeugenschutzprogramm auf. Wie? Ich habe meine Kontakte. Ich besorge dir einen neuen Pass. Zehntausend. Hä? Ich brauche zehntausend von dir für einen neuen Pass. Ich habe nur neun. Ist okay. Du bist ja Sohn von Rebecca. Freundschaftsdienst. Patrick. Ich brauche einen Pass. Ausgestellt auf... Hey. Name. Jake. 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 Check. Check. Nee. Bah. Fünftausend. So wie immer. Wird besorgt. Patrick. Er ist mein Freund. Und du bist jetzt auch sein Freund. Ich kann auch gleich dafür sorgen, dass er das Gesetz durchsetzen muss. Hey, Jake. Jetzt, wo du gegessen hast, kannst du loslegen mit dem Umbau. Allee. Mary. Laban. Ladition. Er zahlt. Ich bin blank. Lass es aufschreiben. Ich schreibe es mir auf. Aber dein Gesicht habe ich mir eingebrannt. Und zwar nicht in mein Herz. Und zwar nicht inwieweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever leurs mains sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez d'enken, tout au cliché Bienvenue dans ma réalité Yeah Oh Oh Wow Flickert auf die Straße Willst du mir Geld geben? Oh, süßes. Hey Jake, wieso steht der Laden noch nicht? Äh, du musst schon ein bisschen was machen für Unterkunft und Verpflegung. Mann. Rachel, wo bleibt deine Semesterarbeit? Noch eine Nacht, ich schaffe es, ich brauche nur noch eine Nacht. Noch etwas anderes. Das Sekretariat hat mir geschrieben, die Semestergebühren sind noch nicht bezahlt. Was? Aber Papa bezahlt die doch immer. Rachel. Sie ist meine Liebe. Raphael, meine Semesterarbeit, ich schaffe sie einfach nicht. Ich helfe dir. Hey, sie muss auch mal ohne dich schaffen. Wer sagt das? Komm mal, bitte. Schau, sie ist kein kleines Kind mehr, dem du immer bei den Hausaufgaben helfen kannst. Du hättest es ja wohl auch kaum geschafft ohne Maman. Ich bin dir dankbar für alles, was du für sie getan hast. Aber? Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass du ihr zu nah bist. Und ich glaube, dass diese Nähe sehr vielen Menschen guttun würde. Rachel. Komm. Wir gehen. Schauen wir das an. Von wo kenne ich die? Aisha. Wer ist das? Die Raphael. Und von wo kommt sie? Sie? Ich glaube, ich glaube, die hat der E-Mail geschickt. Und was macht sie? Sie geht viel mit den Menschen mit. Und für Rachel war sie schon immer wie eine Mama gewesen. Die ist tot, seit Rachelles weist. Susette. Ich kann auch für dich kochen. Was denn? Es gibt Pommes und Burger. Pommes. Aisha. Écoute-moi. Was? Vielleicht ein andermal. Von wo kennen wir uns? Das fragt er alle. Fertig. Raphael. Jake. Fertig. Super. Wow. Rachel. Fertig. Rachel, Abel. Ja. Oh. Wow. Rachel. Ich habe etwas für dich. Oh, Rachel. Dein Name vergeht auf meiner Zunge. Wie ein zarter Himbeer-Schaum auf einem Crème-Brûlée-Bett. Suzette. Deine Schönheit. Deine Schönheit lässt mich eintauchen in einen Walnuss-Muss-Wald. Deine Liebe ist mir kostbarer als frisch gelegte Taubneier auf zärtlich vergoldetem, fünfblättrigem französischen Kleeblatt. Ah, Rachel, du bist mein grüßes Glück, die Liebe meines Lebens. Willst du mich heiraten? Ja, ja. Hier, den Schlüssel zu meinem Herzen. Lass uns heiraten. Oh, eine Hochzeit! Wir brauchen Musik! From a distance All these mountains are hard Just some tiny hills Wildflowers They keep living while They're just standing still I've been missing yesterday But what if there's a better place Cover me in sunshine Cover me with good times Tell me that the world's been spinning Since the beginning And everything will be alright Cover me in sunshine Cover me with good times Tell me that the world's been spinning Since the beginning And everything will be alright Cover me in sunshine La, 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 la La, la, la Cover me in sunshine Shower me with good times Tell me that the world's been spinning since the beginning And everything will be alright Cover me in sunshine Merci, 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 merci. Gratuliere, Schwiegersohn. Gut, an so einem schönen Tag sollte man das nicht erwähnen. Was? Nicht so Wichtiges. Super, jetzt hast du schon begonnen. Ja, gut, wenn du unbedingt möchtest. Eine kleine Sache ist nicht so angenehm für dich. Als Ehemann von Rachel bist du jetzt auch für ihre Schulden zuständig. Aber du wirst das schon meistern. Was für Schulden? Hat sie nichts gesagt? Sie hat einen Kredit aufgenommen für die Studiengebühren an der Uni. Wie viel? 100. 100. 100. 100 oder 1.000? 100.000. 100.000! Hey, jetzt kannst du zeigen, was wirklich in dir steckt. Schau, ich mag nicht mehr so arbeiten. Vorschlag, du führst den Laden mit Rachel und wir machen 50-50. Hey, mon amour, was sprichst du hier über das Geschäft an unserer Hochzeit? Ich spreche wenigstens. Was soll das heissen? Ich bin selber schuld, dass ich jetzt über das Geschäft sprechen muss. Bravo, du spielst super deine Rolle als Unwissende. Hey, Jake. Hey, Jake. Hey, Jake. Hör doch auf. Rachel, warum hast du mir etwas von deinen Schulden gesagt? Ich weiß nicht, von was du sprichst. Laban hat gesagt, dass du einen Kredit von 100.000 für dein Studium aufgenommen hast. Was? Er hat mir immer gesagt, dass alles bezahlt ist. Alles bezahlt ist. Mit deinem Kredit, den er auf deinen Namen aufgenommen hat. Alles klar. Wie kannst du nur? Junge, jetzt reichst du dich aber schnell zusammen. Sonst erzähl ich nicht nur deiner Frau von deinem Geheimnis, sondern auch Esaü. Das Fest ist vorbei. Ich habe mir das alles größer vorgestellt. Das Leben. Zeig, was in dir steckt. Ich zeige es ihm. Und dir, Ali. Can I wish on a star for another life? Cause it feels like I'm all on my own tonight. And I find myself in pieces. There are pills on the table and the thought in my head. And I walk through the holes where I used to be led. My heart is filled with reasons. I'm trying to be somebody else. I find it hard to love myself. I find it hard to love myself. I'm trying to be somebody new. But that is impossible to do. I'm running out of my mind. I'm running out of my mind. Is this really my life? I'm running out of time. Is this really my life? I could run from it all, but I'd only get lost. Oh, I walked on the bridge that I shouldn't have crossed. And I find myself a user. Mir noch. Mir noch. Mir noch. Das ist der weltberühmte Erklärshop, Rasche Labelle. Raul, was fällt dir ein? Mama, jemand in der Familie muss doch Geld verdienen. Ernsthaft? Raul? Du musst in die Schule. Raul? Raul, du kannst nicht einfach nicht in die Ego kommen. Ich bin krank und ich darf niemanden anstecken. Äh, und was machen diese ganzen Leute ihr? Äh, die folgen mir einfach. Geht weg, geht weg, geht weg. Raul, Raul, du musst besser werden an der Schule. Aber das beeindruckt die Aisha eben nicht. La la la. Aisha, arrêt. Die heutige Jeunesse. Das ist es. Das wird sie beeindrucken. Mama, haben wir noch Rollschuhe? Raul! Ja. Ähm, gerne einmal l'éclair du jour. S'il vous plaît. Jetzt käme deine Frage. Und wo kenne ich sie? Merci, Monsieur. Euerien. Oh. Oh. Kennst du sie? Hm. Hier ist sie. Nein. Oh. Schmeckt's? Schmeckt's? Oh. Hilfe. Hilfe. Oh. Oh la la. Madame. Oh. Vielleicht Seitenlage. Oh. Sie sind deine Genie. Sie meinen mich? Sie meinen Sie. Wo hat sie jetzt den wieder her? Das ist doch die Epi-Nach. Die Gastro-Kritikerin. Sie müssen meine Krippe. Oh, mit Spinat. No, no. Oui, no. Ich garantiere Ihnen, ab morgen, Sie brauchen eine neue Lade. Und ab übermorgen, ein Lieferservice in die ganze Paris. Dafür werde ich ex-persönlich sorgen. Wir machen eine Foto. Gerne. Jake, hey, Jake, könntest du vielleicht heute Abend die Krippe... Rache, du siehst doch, was hier abgeht. Nicht jetzt. Foto. Is it good? Is it good? Ich brauche deinen Laden. Ich stelle dich ein, ab sofort. Meine Grand-Maman hat schon Krippe gemacht. Meine Maman hat schon Krippe gemacht. Und meine Maman macht. Jetzt ist es klar. Ich unterschreibe sie. Merci. Ich bin der Hintermund. Ein Hintermund? Ein Hintermund? Das gibt's auch. Ein Hintermund ist ein Vormund von nicht so intelligenten Eltern mit sehr intelligenten Kindern. Ich bin der Hintermund. Dickreich Spinat. Oh, Raoul. Du meinst den Muttermund, Raoul. Aisha, de moi! Oh, Aisha, nicht ganz. Oh, Raoul. Ich kann sie nicht fassen, Madame Genevière. Raoul, das war jetzt sehr poetisch. Weiter so. Das ist es. Aisha, écoute moi. Hey, das ist mein Spruch. Aisha, ich brauche dich. Eine Eclarewelle rollt über Paris. Allez. Oh! Das ist das People say. I go on too many dates. Vor allem anime, ich kann man immer noch leben. icing sehr gut. Aber das ist das People say. Das ist das People say. Aber ich llevo Songs. Ich habe納 shoes von Les Palps. tut mir erleben. Es ist wie ich habe diese Musik in meinem Kopfgehe Musik Musik I'll shake it off, I'll shake it off The heartbreak is gonna break, 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 break The fake is gonna fake, break, 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 break I'm just gonna shake, 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 shake I'll shake it off, I'll shake it off 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 I'll shake it off Oh, wow. Gönnst ihr was, hm? Gut, verstehe ich auch, wenn das Geschäft zerbrummt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum werde ich nicht glücklich? Gute Nacht. Warum läufst du mir her, hinterher? Gute Nacht. Ist jemand gestorben? Schlimmer. Ich glaube, Jake bescheißt Laban. Er nimmt Geld vom Geschäft, das ihm nicht gehört. Hast du dir mal seine Kleider angeschaut? Und den Kinderwagen? Ui! Ui! Oh, komm! Schlecht! Schlecht! Adam Epiner! Sie ist gestorben! Schlimmer! Jake, bestät die Laban. Ui! Oh, ui! Ja, alle! Den anderen, sehr gerne! Okay! Okay. Ja, und was war? Den anderen. Wann? Ist jemand gestorben? Schlimmer. Laban wurde bestohlen. No. Oh! Ah! 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 Unclautisch! Oh! 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 Ist jemand gestorben? Schlimmer! Laban wurde bestohlen! Nein! Ja! Ja! Oh! Es geht! Es ist dasselbe. Ich schließe! Laman! 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 Ok, Laman! Ah, ja! Weis! Laman! 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 Klaibe! Jake, der bescheißt dich. Nein. Du sagst genau das, was ich schon lange vermute. Immer diese schicken Klamotten. Und die Kinderwagen wie eine Rolls Royce. Ich wollte es nicht wahrhaben. Danke. Jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Jetzt. Tavia? Weißt du was? Tavia, da, da. Geht da hin. Was ist denn so? Halt. Halt auf mich. Oh, was? Halt auf mich. Jake. 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 Was gibt es, Papa? Ist jemand gestorben? Wo ist Jake? Wenn ich das wüsste. Dein Mann ist ein Dieb. So ein Blödsinn. Was denkst du? Woher kommt das Geld für dein Negligee? Dein Kinderwagen? All das? Ja, das Geschäft brummt. Dummes Zeug. So gut kann es gar nicht brummen. Aber langsam, alter Mann. Oh, ja. Du hinterhältiger Dieb. Wie kannst du nur nach all dem, was ich für dich getan habe? Ha? Ich habe mich gestohlen. Punkt. Was ist das? Was ist das? Versuch jetzt nicht, deinen erbärmlichen Arsch zu retten hier. Wie geht's noch? Ja. Das war zu viel. Ich habe Esau angerufen. Er weiss, wo du bist. Hast du nicht. Doch hab ich. Wer ist Esau? Das frag doch deinen Jake gleich selber. Den hat er nämlich auch verarscht. Ja. 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 Jake. Er ist mein Bruder. Ich habe das Restaurant gehabt. Mein Papa wollte Simper machen. Wie kam das? Die Geschichte dauert lange. Jake. Du lange für den Moment. Jetzt red doch mit mir. Michelle, wir müssen abhauen. Wieso? Ich verstehe das nicht. Esau. Esau bringt mich um. Was? Hey, Jake. Jake. Du kannst nicht immer etwas anfangen und dann davonlaufen. Das funktioniert so nicht. Nicht bei deinem Bruder und erst recht nicht bei mir. Ich wünsche dir eine star für eine andere Leben. Denn es fühlt sich wie ich auf meine eigene. Und ich finde mich in Frieden. There are pills on the table and the thought in my head That walk through the halls where I used to be led My heart is filled with reasons I'm trying to be somebody else Finding it hard to love myself I'm trying to be somebody new But that is impossible to do I'm running out of my mind Is this really my life? I'm running out of time Is this really my life? My life Is years passed by And we're growing older And I think of you All we've made it through Some have passed away Some have moved on But I'm still here today I'm here today I'm here today Warum um alles in der Welt mischst du dich da ein? Was machst du auf meinem Dach? Ich bin oft hier Und warte auf dich Schön kommst du heute mal Wer bist du? Was glaubst du? Das ist alles, was ich hab Mein ganzes Glück Glück Hat dich das glücklich gemacht Was denn? Was denn sonst? Lass es raus, das ist gut Mann Was du suchst, ist hier drin Ich war das die ganze Zeit bei dir Ja Das Rezept, das Glück, du Kannst es dir nicht so nehmen Gibst du mir das hin Willst du es wirklich hören? Lass es wirklich raus, lass es Du hast keine Ahnung Was denn aus Komm Deutschland Immer das zweite Das Restaurant Was bringt mir das? Ein Scheiß Bringt mir das Das weeks Legs Some have passed away, there's no one to save, no second try Is this my life? And I think of you Is this my life? And I think of you I'm running out of my mind Is this really my life? If I'm running out of time Is this really my life? My life Jetzt her mit dem Glück! Stack up! Woher kennst du meinen Namen? Fersenhalter Immer hast du gekämpft, um die Nummer 1 zu sein Schon im Bauch wolltest du deinen Bruder überholen Ich sah dich dort schon Wie ist das möglich? Ich wollte dich Nicht deine Siege Die brauchst du bei mir nicht Aber Aber Ich liebe dich Nicht weil du so fleißig bist Nicht wegen deinem Scham Nicht wegen deinem Erfolg Ich liebe dich nach Abzug von all dem Wo du denkst, dass es dich ausmacht Ich liebe dich ohne eine einzige Bedingung Deshalb bist du mir die ganze Zeit nachgelaufen Um mir das zu sagen Zu zeigen Ich hätte dich so gern umarmt Ich sehne mich So danach Und ich mich erst Ich hätte dich immer敢 Los Los Es Sehen Mother Der ky Dann tells People mal verste le i Ich bin dir ganz nah. Du findest mich. Immer. Ich muss nach Hause. Esaü, ich war so ein Idiot. Jakob. Ich habe dir schon lange vergeben. Es tut mir so leid. Unser Papa. Ja. Was wollten Sie eigentlich, Schatari? Meinen Sohn nach Hause holen, weil sein Vater gestorben ist. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich ihn aber. Was? Von wo können Sie ihn? Schon immer, wie dich, wie Esaü, ich habe ihn nach Hause geschickt. Ich bin mir. Oder ich bin mir. Auch wenn Sie anschaut, wie Erinen, wo sie geschrieben haben. Was ist so bleib? Was ist so bleib? Ich habe ihn mit. Was ist da? Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I trust in you, I trust in you Every promise that you made None of your words will fade away So I treasure every single one of them And got them locked up in my heart Until the end So, die Geschichte, die du heute erlebst, basiert auf einer wahren Geschichte vom Jakob aus dem Alten Testament der Bibel. Natürlich, wir haben es ein bisschen umgeschrieben, auch interpretiert, damit wir es besser verstehen. Jakob war dann jahrelang auf der Suche, um glücklich zu werden. Er hat gedacht, wenn ich so richtig Gas gebe im Beruf und ich diese Sterne, diese Trophäe hole, ja, dann bin ich dann glücklich für immer. Man sucht aber auch sein Glück in der Liebe, wie könnte es nicht anders sein? Dann hat er gesagt, okay, ich suche mein Glück auch im Erfolg. Und immer wenn Jakob etwas von dem erreichte, hat er ganz tief gemerkt. Warum fühle ich mich so leer? Es geht vielen Leuten genau gleich. Wir jagen etwas nach in dem Bewusstsein, dem Gefühl, ich kann mein inneres Loch stopfen. Und weisst du, diese Trophäe, dein Erfolg, also Erfolg macht schon ein bisschen glücklich, oder? Also, ja, schon. Also, ich meine, ein paar Stunden, oder? Immerhin ein paar Stunden. Dann ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, wenn es gut geht. Und dann irgendwann lässt die Begeisterung des Glücks wieder richtig nach. Ich habe mir das Leben grösser vorgestellt. Das ist eben genau das Problem. Wenn wir was erreichen in unserem Leben, hat jeder Trophäe, jeder Erfolg, hat ein Ablaufdatum. Das heisst, irgendwann wird das Tier wieder weggenommen. Und wenn Dinge in deinem Leben weggenommen werden, dann ist immer die Frage, wer bist du? Wenn niemand mehr da ist und Dinge in deinem Leben vielleicht nicht mehr da sind, wo du immer gedacht hast, das bringt Glück und Erfolg und macht mich richtig happy. In der Geschichte von Jakob ist Gott begegnet in einer Leiter. Und die Leiter hat nichts anderes bedeutet, mit anderen Worten, Herr Jakob, der Himmel ist die grösste Substanz, die dich glücklich machen möchte in deinem Leben. Weil Jakob hat gedacht, wenn ich dem Erfolg nachspringe, der Liebe, meinen Beruf, dem Segen von diesem Gott im Himmel, ja dann, ja dann bin ich für immer so richtig glücklich und auch happy. Und wir alle wissen, das ist im Leben leider nicht so. Wenn wir uns etwas gelernt haben, die letzten zwei Jahre in der Corona-Pandemie, sollten wir aufgewacht sein oder auch jetzt der Krieg, Russland, Ukraine, wo wir plötzlich merken, wir sind mittendrin und glücklich zu sein, hat mit den Umständen nur bedingt was zu tun. Also wenn dein Leben wunderbar verläuft und alles ist glücklich, dann bist du glücklich. Aber die Umstände, liebe Frauen und Männer, sind nicht immer absolut top. Und Gott möchte mit der Leiter zu uns und auch zu Jakob sagen, der Himmel ist nicht etwas, was weit oben ist, sondern der Himmel und dieses Glück möchte ganz konkret in unser Leben hineintauchen. Darum heisst es im Psalm, die, die Gott nahe sind, die Menschen, die sind glücklich. Und dieser Vers bewegt mich, weil oft denken Leute, ja dieses Glück da, das spüre ich nicht, das erlebe ich nicht, das ist nicht so in meinem Leben. Sondern ich habe mehr das Gefühl, dass dieser Gott von dieser Leiter ein bisschen seine Augen zuschliesst von meinen Nöten, die ich durchlaufe in meinem Leben. Oder dieser Gott im Himmel, alle anderen geht auf die Wünsche, auf die Sehnsüchte ein, aber bei mir scheint dieser Gott seinen Arm nicht zu bewegen. Darf ich mal ganz kurz im Moment ganz, ganz ehrlich zu dir sein? Hast du gewusst, bevor du den ersten Atemzug bei deiner Geburt gemacht hast, hat Gott dich bereits gesehen? Und es gibt keinen Tag in deinem Leben, nicht eine einzige Sekunde, wo Gott gesagt hat, ich habe meine Augen zugemacht, das ist mir too much. Gott sieht dich heute Abend genauso online und auf diesem Stuhl sitzen. Und Gott kennt deine Geschichte. Zu einer Grösse von heute Abend gibt es so drei Arten von Menschen. Die einen sagen, ich bin mehr so vom Ego-Trip. Wenn ich für mich selber schaue, ja, dann ist geschaut. Das ist auch das Resultat in deinem Leben, ist dann auch das, was du machen kannst. Und die anderen von uns sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Leben, auch von Gott, weil gewisse Dinge sind nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. und andere sagen, ich bin total motiviert von Gott, weil ich habe diese Leiter erlebt, ich habe erlebt, wie dieser Schöpfer Gott mich gesegnet hat, mich begleitet hat, noch beschützt hat und ich kann sagen, wow, dieses Glücklich zu sein im Gott, wow, das funktioniert. Und ich möchte heute Abend mit uns zusammen ein Gebet beten, dass ich vor 18, als ich 18 Jahre alt war, nicht gewesen bin, war, habe ich das gebeten, das hat mein Leben wirklich um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Und ich möchte dich heute Abend einladen, dass diese Leiter, diese Nähe Gottes eine ganz konkrete Substanz in deinem Leben wird. Und ich habe dieses Gebet hinten auf der Elledewand aufgeschrieben, dass du weisst, für was werden wir beten. Und ich werde einen Satz vorbeten und kann diesen Satz einfach, wo auch immer du bist, auch online mit mir zusammen beten. und sage, lieber Gott, ich lasse meine Sucht nach Glück und Ruhm los. Ich kann und will nicht mehr so leben. Bitte komm in mein Leben und fühle meine Leere aus. Danke, bist du mir nahe. Danke, liebst du mich. Danke, bist du mein Glück. Amen. Weisst du, was das cool ist? Gott ist dir nahe. Ich信, in dich, in dich. Ich信 in dich. Ich信 in dich. Every promise that you made, none of your worlds will fade away. So, ich treasure every single one of them. I will not be shaken I will not be moved The God of generations Has always pulled me through You have been my comfort And You will be my joy As long as You are with me I have everything I will not be shaken I will not be moved The God of generations Has always pulled me through You have been my comfort And You will be my joy As long as You are with me I have everything As long as You are with me I have everything I have everything As long as you are with me, I love everything. I will not be shaken, I will not be moved. The God of generations has always pulled me through. You have been my comfort and you will be my joy. As long as you are with me, I have everything. As long as you are with me, I have everything. As long as you are with me, I have everything. As long as you are with me, I have everything. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you very much for your applause. You are great. It is a great honor to be able to watch this grand finale. It is a great honor to be able to watch this grand finale. It is a great honor to watch this, because it is the first time we have so much public spielen dürfen und man merkt dann plötzlich Dinge, die immer normal gewesen sind, wird plötzlich wieder etwas, wo man sagt, wow, wir schätzen das ganz, ganz gewaltig. So, wenn du heute Abend zum ersten Mal das Gebet gebetet hast, wir haben so eine Startbibel, wenn du rausgehst, es sind Frauen und Männer mit dieser Bibel, das ist unser Ostergeschenk für dich, du kannst gerne eine gratis mitnehmen, das würde uns mega viel bedeuten, wenn du beginnst zu lesen, dass du weisst, du hast einen Gott im Himmel, der lässt sich nie los in deinem wunderbaren Leben. Vielleicht sagst du, ich habe Fragen über den Glauben, wir haben einen Kurs entwickelt vor ein paar Jahren, der heisst Entdecke Gott Kurs, du kannst ganz kurz, siehst auf der LED-Wand den Code, du kannst das ganz kurz googeln, wenn du sagst, ich würde mich sehr gerne mit der Gruppe zusammensetzen, um ein paar Fragen über Gott und den Glauben auseinanderzusetzen, dann ist genau dieser Kurs für dich einfach absolut cool, weil man kann mit Leuten diskutieren, die auch Fragen haben, weil Menschen haben Fragen, darum geht es Fragen. Fragen sind cool, oder? Amen. Immer an Ostern machen wir eine Kollekte, bevor wir die Kollekte einsammeln, sind für zwei Dinge, machen wir es seit Jahren, um diese Produktionskosten zu decken und um das Projekt ICF Kambodscha zu unterstützen und Andy Struppel, ein guter Freund von mir, erklärt uns ganz kurz, was es geht bei dieser Kollekte. Lass uns Applaus geben, Andy Struppel nach Kambodscha. Andy! Unser Ziel ist es, Menschen zu gewinnen, auszurüsten und zu empowern. Wir begleiten diese in ihrem Glauben durch Celebrations und Discovery-Kürse. Ebenso unterstützen wir durch unser Education-Programm Kinder und Jugendliche dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen und ihre Träume zu erreichen. Soka, eine unserer Studentinnen, wuchs in einer katastrophalen Familiensituation auf und sah keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ihr Traum ist es, Lehrerin zu werden, denn sie versteht, dass Bildung der Schlüssel aus der Armut ist. Sie bewarb sich als Scholarship-Student im ICF und wurde akzeptiert. Durch diese Chance endete sich alles. Bildung ist die Investition in die Zukunft von Kindern und einer ganzen Nation. Come on, bewegt mich. Ganz kurz zur Kollekte. Wir werden einen grossen Teil von dieser Kollekte heute Abend einsetzen, dass wirklich Leute in Kambodscha, die mit nichts aufwachsen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir in Deutschland und der Schweiz, wir haben eine Regierung, die für unsere Ausbildung schaut. In Kambodscha kommst du auf die Welt und du hast gar nichts. Und ich finde, wir sind in einem Land geboren, wo wir so viele Privilegien haben. Und lass uns heute Abend grosse zusammenlegen. Es gehen so Hüte durch die Reihen. Du kannst auch online geben. Das ist ganz, ganz einfach für die. Youth Brand bedeutet es Twinten, für die Deutschen Paypal. Für die anderen kommen mit Bitcoins heute Abend. Es spielt keine Rolle. Es schämt dich nicht, wenn du einen Bitcoin heute Abend gibst. Einen Bitcoin nehmen wir auch. Ja, ist kein Witz bei uns in der Church. Spenden ab und zu Leute mit Bitcoins. Und das ist okay. Total okay. So, während wir geben, ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Projekt, das wir schon seit Jahren so machen. Weil uns ist eben auch Konstanz mega, mega wichtig, dass wir nicht einfach ein Projekt haben, ein bisschen emotional. Sondern wir sagen, wir sind seit Jahren einfach dran. Und schauen, dass wirklich da in Kombos schon eine coole Geschichte entsteht. Während ihr spendet, noch eine kleine Randnotiz. Wir haben ein Buch geschrieben über Jakob. Wenn du heute Abend sagst, die Geschichte fasziniert mich. Wir haben vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über Jakob. Ich liebe dieses Buch. Wenn du rausgehst, kann man das kaufen. Ich habe noch kein Buch geschrieben über Esau. Weil ich finde Jakob ein bisschen spannender. Darum, wenn du rausgehst, kannst du es mitnehmen. Also danke für euer Geben. Ist mir mega, mega wichtig. Die Hütte gehen durch die Reihen. Ihr gebt schon. Das Online-Giving geht durch die Decke. Ich spüre das. Die Elektro geht durch die Decke. Hey, ähm. Habt ihr gewusst, dass ich Französisch kann? Aha. Mein Name heisst, ich heisse Bigger. Und die meisten denken, das ist mein Künstlername, ist es nicht. Ich heisse Leo Original. Nicht abgekürzt. Bigger heisse ich auch. Und mein Name Bigger kommt nicht von Amerika, sondern mein Urgrossvater kommt von Frankreich. Das heisst eigentlich Bigger, Leo Bigger. Und das habt ihr nicht gewusst, gell? Ja, ja, ja. Das ist warum ich sehr gut Französisch kann. Und ich sage nur, C'est la oui! Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir möchten, dass dein Leben positiv verändert werden kann. Und das wird es, wenn du diesen Jesus suchst und wenn du darin liest. Wir schenken dir eine, wir senden dir gerne eine zu. Du darfst dich melden. Unten ist ein Slide eingeblendet, wo du dich melden kannst. Genauso ist ein Slide eingeblendet, wenn du dich für dieses Buch interessierst. Jakob, was Leo geschrieben hat. Du darfst das sehr, sehr gerne bei uns bestellen. Ja, jetzt kann ich dich einfach nur ermutigen, dass du unseren YouTube-Kanal abonnierst. Was auch immer. Wir werden jeden Sonntag hier sein. Wir sind ja nicht nur heute hier an Ostern, sondern wir feiern jeden Sonntag hier drinnen Celebrations. Und es ist uns ein Anliegen, dass Menschen zusammenkommen und dass sie aber wirklich auch ganz viel erleben dürfen. Und daher kannst du dich gerne bei uns, du darfst uns besuchen, aber du darfst auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Ja, und jetzt schalte ich runter zu Dan. Der ist dann nämlich mitten im Getümmel im Publikum und wird noch zwei, drei Stimmen einfangen. Wow, was für ein Musical. Und mich nimmt es natürlich Wunder. Wie war das für die vielen Zuschauer? Wie war das für euch zu Hause? Bei mir ist es die wunderbare Gruppe aus dem Thurgau. Was hat euch berührt an diesem Musical? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Schluss hat mich am meisten berührt. Den Part mit der Vergebung. Als diese beiden Brüder sich wieder in den Arm genommen haben. Und einfach diese Kraft zu spüren. Die Vergebung. Auch zu selber, Bruder? Ja. Ja, sehr gut. Wie war es für euch? Auch sehr emotional. Mir hat es einfach nochmal gezeigt, wie gross das Gott ist. Dass er einfach immer hier ist. Und wir konnten richtig mitfühlen. Hammer. So cool. Ja, mich hat vor allem die Tanzeinlagen mich mega überwältigt. Das war echt der Hammer. Und ja, eine mega Botschaft. So cool. Ja, die Tanze waren grossartig. Danke vielmals, war dir dabei. Heute bei diesem Musical. Hoffen wir bald wieder mal. Ich habe danach mal jemanden. Dani. Dich, ich kenne dich ja. Oh, ich muss, dann so einen Mann. Du hast ja schon so viele Musicals erlebt. Im Eisjöf. Was war speziell an diesem? Unglaublich. Die Kreativität, die Innovation. Und ja, unglaublich. Und musstest du mitkommen oder wolltest du mitkommen? Ich will mitkommen. So gut. Hey, danke vielmals, wart ihr dabei heute. Bei diesem Musical. Und ich habe gehört, bei dem wieder haben wir Leute von der Crew. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Hey, was für eine Stimmung hier drin. Ich weiß nicht, wie fandest du das Musical? Schreib's doch bei uns in den Chat. Ja, und ich habe jetzt die große Ehre, zwei Darstellerinnen bei mir zu haben. Zum einen ist das die Christine Lange, genau. Und zum anderen die Michaela. Christine, dich haben wir schon öfters in Rollen gesehen, in ganz verschiedenen. Und ich finde das so spannend, wie du da reinschlüpfen kannst. Jetzt heute hast du die französische Lehrerin gespielt. Musstest du da üben für deinen französischen Accent? Oh ja, also einerseits mal wieder meine Schulfranzösisch irgendwie hinten vorkraben. Und ja, also den Accent haben wir tatsächlich sehr, sehr viel geübt. Wir hatten da auch Coaching, dass das möglichst echt rüberkommt. Und wir haben uns dann in den Pausen eigentlich immer so unterhalten, dass wir da in der Übung bleiben. Sehr spannend. Und was war denn dieses Mal die größte Herausforderung für dich? Also ich glaube sicher einerseits wirklich dieser Dialekt, sich in eine Rolle reinzubesetzen, die eine Sprache hat, die ich sonst nicht jetzt immer spreche. Und andererseits dieses Schüsselige irgendwie überall einzubauen, war für mich schon eine Challenge. Ich dachte eigentlich, dass so lustige Rollen einfacher sind, aber ich habe mich getäuscht. Ja, spannend. Ja, und du Michaela, ich finde, also diese Rolle ist dir auf den Leib geschneidert. Wirklich, du hast das so super gemacht als Madame Marie Joëlle Epinard. Musstest du da viel üben respektive, bist du oft am Schauspieler? Also erstens ja, ich musste viel üben, um da in die Rolle so einzutauchen. Und sonst, nein, ich schauspielere nicht so viel. Also ich habe mal in Schultheatern gespielt oder auch mal schon in einer Christmas Experience. Aber es hat mega Spaß gemacht, so in die Rolle einzutauchen und da irgendwas aus mir rauszuholen. Ja, mega toll. Ich finde das super spannend, zu sehen, wie da plötzlich Leute aufgehen und richtig in ihrer Rolle drin sind. Das ist so toll. Jetzt wächst man ja als Team zusammen. Das ist ja so eine Riesen-Crew. Und Abschied ist auch manchmal schwer. Wie ist das jetzt für dich? Ja, absolut. Man wächst so zusammen. Es ist wie eine große Familie. Und jedes Mal Probe war es so schön und so eine Motivation der Woche. Und ja, also es ist schon schade, ist es jetzt bald zu Ende. Ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich euch. Aber wie man weiß, ICF eines Musicals vorbei, dann kommt wieder ein neues. Geil. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für euren Einsatz. Das war wirklich großartig. Und ich freue mich, wir schalten jetzt nämlich nochmal zu Dan, der mit Leo und Susanne auf der Bühne steht. Ja, meine Damen und Herren, wir sind nochmal hier auf der Bühne. Was für einen Abend, Susanne. Ja, was für einen Abend. Ich bin so begeistert. So viele begabte Leute hinter der Kamera, vor der Kamera, die mitgemacht haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich, auch wenn du eingeschaltet hast und zugeschaut hast. Ich wünsche mir so von Herzen, dass die Botschaft von der Leiter, von diesem Gott im Himmel, der Kontakt mit uns Menschen sucht, auch bei dir zu Hause angekommen ist oder von wo immer du zuschaust. Ja, was für ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns bei dir. Macht's gut. Liebe Grüße. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ce soirée-là, avant même qu'elle s'est commencé, on est déjà dans l'ambiance et à peine entrée sur la piste, on lâche nos derniers pas avec bien plus de cibles que Travolta. Mal temps de souffler dans la foule, on part en reconnaissance. C'est vrai. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fout son numéro pour en avoir un, vu qu'entrée sans rien a pas moyen. Cette soirée-là, on drague, on branche, toi-même, tu sais pourquoi, pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la rompe. C'est là que sur elle, je suis tombé. Elle est ici, j'en suis resté bouche bée. En temps normal, abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans... Cette soirée-là, on drague, on branche, toi-même, tu sais pourquoi, pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada